Ich freue mich, dass Sie hier sind heute Abend, dass Sie gekommen sind jetzt auf dieses Parkdeck. Dass Sie da sind, dass wir einen Augenblick innehalten. Gleich wird das elektrische Licht ausgehen. Pusten Sie bitte nicht auch die Kerzen aus. Und ich hoffe, wir haben genug Licht, um dann weiter etwas umzusehen. Wenn diese kleine Andacht zu Ende ist, dann wird das Licht natürlich wieder angehen, dass Sie auch sicher nach Hause kommen. Amen.